Liebe Kollegen, hier wäre noch ein Raummobil draus zu machen. Ich habe jetzt mal die Kamera gedreht. Ich hoffe, das geht, sonst muss ich das später wieder ändern. Und es ist ein Rollerteam. Und zwar ist es ganz genau der Roller 287 TL. Und die Einzelheiten, die erklärt uns jetzt der Ralf. Also das Schöne an dem Fahrzeug ist, ihr habt hier ein Fahrzeug unter 7 Meter, 6,99 Meter ist der lang. Hat Automatik, hat 160 PS, was viele gut finden. Ist für vier Personen geeignet. Und was das Tolle ist, der hat eine Masse im fahrbereitenden Zustand, hier steht es, 2898 Kilo. Das ist also wirklich ein Fahrzeug für vier Personen, wo man auch mal was zuladen kann. Sehr schön. Deutlich unter drei Tonnen. Jetzt guck mal von draußen, der hat eine riesengroße Garage, wo natürlich das überhaupt kein Problem wäre, hier eine Hundeabteil einzubauen. Das ist mal eine Garage. Kein Thema, einen großen Zugang, also können wir machen. Und drinnen hat er eben, ich gehe mal ihm vor, Hubert. Sehr einladend da unten, ja. Alles, was den Wohnen braucht. Wie gesagt, vorne Automatik, 160 PS. Ist wieder Fiat-Basis, ne? Fiat-Basis, genau. Navi ist schon drin? Ne, ist nicht drin. Ist ein Autoradio mit Rückfahrkamera. Okay. Navi ist hier über Google. Skyroof. Entereich Auto hat er drin, ne? Skyroof, Hubert, elektrisches Hubert hat er drin, ne? Schöne Verarbeitung hier, ne? Und das Leder, wenn man das mal so schaut, sehr schön. Ja, also genau. Pflegeleicht. Hat den großen Kühlschrank hier, den großen Gefrierfach oben drin. Ach, dich, Korn. Auch hier, das sieht sehr einladend aus, ja. Toll. Großes Gefrierfach, hat unten nochmal den extra Auszug für Flaschen. Das finden viele Kunden und viele Mieter echt toll. Das ist sehr angenehm. Das ist eine große Kohleflasche, die Schleifpanz- oder Wasserflaschen. Da oben ist die Elektronik. Genau. Mit der Troma. Genau, Troma. Inet-Vorbereitung. Richtig. Drei-Flammen. Drei-Flammen, ja. Toll hat der, wenn du nochmal ein Stück zurückgehst, Hubert, der hat hier richtig tolle große Auszüge, was die Kunden auch echt klasse finden. Ja, sehr schön. Also auch eine super Geschichte. Hat hier in der Küche auch nochmal Auszüge oben, Besteckschublade schon eingebaut. Und hier ist auch nochmal ein riesig Platz. Ja, und wenn wir weiter nach hinten gehen, hat der hier eine Besonderheit, weil er eben nur 6,99 ist, aber man trotzdem eben Dusche und Wahlzimmer getrennt oder Dusche und Schwerte getrennt haben wollte und Einzelbetten, hat er dieses Einzelbett auf der Seite ausziehbar. Ausziehbar. Ja, das steht also jetzt so, wenn ich den Decker unternehme, die ist immer ganz schön eingekleckt. Und wenn ich jetzt schlafen will, ziehe ich die einfach nach vorne rein. Das heißt, ich schlafe mit den Füßen in der Dusche, genau. Bin ich auf volle zwei Meter rauf? Bei einem Meter muss ich erst nachgucken. Ich meine bei einem Meter 95 bis hier. Okay, okay. Weil viele fragen mittlerweile sehr häufig nach zwei Meter. Richtig, richtig. Okay, und zum Duschen ist das klar. Man klappt das dann wieder zurück. Und dann wird entsprechend das da gelöst und man macht dann um sich herum dann die Dusche. Genau. Und die Aufgabenstellung, die Roller eben lösen wollte, war eben 6,99. Dusche und Schwerte getrennt. Einzelbetten. Und das haben Sie hier alles echt fantastisch hingekriegt. Das heißt, das ist dann auch die sogenannte Trenntüre für die Intimsphäre. Das heißt, ich kann hier zu machen. Ja. Und wenn ich jetzt in die Dusche so rückwärts reingehe, würde ich wahrscheinlich hier Toilette und Waschbecken sehen. Ja, sehr schön gelöst. Und der Klassiker natürlich in der Mitte, ausziehbar wahrscheinlich dann für die dritte Person, wer ein Kleinkind. Hier hat er auch nochmal einen riesig großen Kleiderschrank, also unheimlich tief. Das heißt, man könnte von da aus reinkommen und umbauen oder unser Klassiker in der Mitte wieder hier aufschreiben und dann da den Hund reinkommen. Und bei Findus, hier hast du nochmal dementsprechend große Auszüge drin in den Stauraum, also sehr schön. Das ist echt ein schönes Fahrzeug, da hat er auch nochmal eine Klappe. Und das hört man dann genau auf der Ebene unten. Genau, so habe ich es gemacht und ich habe das bei unserer Ilvia so gemacht, da habe ich genau die gleichen Gegebenheiten gehabt, habe hier dieses Polsterschild abgenommen, habe diese Klappe praktisch runtergelassen, die wird jetzt so geklappt dann und mache den Durchgang nach hinten weiter. Also liebe Wormobilfreunde, wenn da einen fertigen Umbau sehen wollt, wie genau so ein Fahrzeug umgebaut auf Wormobilbasis aussieht, müsst ihr euch den, die Ilvi, anschauen und dazu können wir euch einen separaten Link einblenden. Okay Ralf, finde ich ganz toll. Und sofort verfügbar. Und sofort verfügbar. Ja, schmuckes Teil, schönes Design, 2,3 auf 160 PS. Ja, okay und tschüss.